Einen Frühschoppen zur Schlenkerweil mit Schlenkerweil. Den gab es am Sonntag nach Lichtmess in Buxheim. Farsal war gut besucht und Schlenkerweil spielte auf zur Schlenkerweil. Des Rätsels Lösung? Schlenkerweil ist zunächst einmal der Name einer Volksmusikgruppe aus Buxheim und die spielte eben auf zum Frühschoppen. Aber der Name der Gruppe ist kein Zufall. Er geht letztlich auf die Gliederung des Bauernjahres zurück. Lichtmess war der Tag an dem Knechte und Mägde den Dienstherrn wechseln konnten. An Lichtmess wurde das Jahresgehalt ausbezahlt und es gab Urlaub. Ein bis zwei Wochen. Und diese Zeit in der, außer der Zersorgung der Tiere natürlich, keine Arbeit anfiel, konnte man zum Herumschlenkern nutzen. Eben zur Schlenkerweil. An diesen Brauch erinnerte der Frühschoppen im Buxheimer Pfarrsaal. Stilgerecht mit Volksmusik, Weißwürsten, Brezen und Bier.